Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Der Ruf des Cthulhu für Leseanfänger, ganz wichtig, von Pegasus Press. Viel Spaß werdet ihr haben. Ja, worum soll es gehen? Das ganze Buch ist, wie ich das bereits im Intro erwähnt habe, ein Vorlesebuch für Kinder. Das heißt, man setzt sich dann abends, wenn es gute Nachtgeschichtenzeit ist, ans Bett mit den Kindern und liest denen aus diesem Buch vor. Auf der rechten und linken Seite sind immer ein paar Bilder, mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner und dazu dann der Text. Das ist sicherlich etwas, wo die Kinder nicht selber lesen. Das geht natürlich auch, aber ich glaube, dieses Buch eignet sich dann wirklich für kleine Kinder im Alter von, ich sag mal, drei bis fünf Jahren so in dem Dreh. Und nun gut, wenn sie dann in die Schule kommen, das ist eine große Schrift, dann können sie sicherlich auch dann schon in der ersten und zweiten Klasse, können sie sich dann mal in dieses Buch heranwagen, in der Hoffnung, dass es ihr Lieblingsbuch wird. Ja, das Ganze ist inhaltlich aufgebaut. Das ist der Ruf des Cthulhu, Call of Cthulhu eben dann auf Englisch. Die Geschichte von Howard Phillips Lovecraft sollte wohl allen bekannt sein. Das ist eine der bekanntesten überhaupt. Es gibt dann hier diese drei Geschichten von dem Professor, der dann immer ein bisschen mehr herausfindet, von dem Polizeiinspektor, der im Sumpf dann diese seltsamen Kultisten ausfindig macht und dann diese große Statuette dann beschlagnahmt und dann den Bericht von diesem Matrosen, der von einigen seltsamen Einwohnern überfallen wird, das Schiff dann entert. Dann treiben sie so ein bisschen orientierungslos herum, bis sie dann auf Rülier treffen. Wie ihr es hier erkennen könnt, über die verschiedenen Seiten hinweg, immer mal wieder die gleichen Charaktere, immer ganz nett und lustig gezeichnet. Da ist dann für Kleinkinder auch was dabei zum Angucken. Irgendwie ein paar Lieblingscharaktere, die man sich hier aussuchen kann, das ist sicherlich super duper gut. Wenn man das hier eben auch ordentlich vorliest, dann kann man hier auch einen A, B, C, B Reimschema erkennen, was sich dann hier immer wiederholt. Das ist auch alles sehr lieb und nett gemacht und liest sich dann doch recht flüssig. Das heißt, wenn ihr zu diesem Buch greifen solltet, weil ihr hier kindliche Früherziehungen machen möchtet, ja, dann droht sich das auf alle Fälle. Und Cthulhu wird sicherlich eines der besten Geschichten werden, die man sich so vorstellen kann. Vor allem, wenn man das Ganze noch mit dem Plüsch Cthulhu verbindet. Dann kann man während die Geschichten vorgelesen werden, noch einmal mit Plüsch Cthulhu spielen. Ich rate tatsächlich dazu, dass man dieses Buch nicht als PDF kaufen sollte, weil, naja, wenn man dann mit Kindern liest oder mit Leseanfängern, dann sollte man das nicht am Computer oder am Tablet tun, sondern das sollte wirklich dann ausgedruckt sein, also als Hardcover. Ja, kommen wir zu meiner Bewertung, die ich für Comics angepasst habe, wo ihr mir aber auch gerne noch weiterhelfen könnt, welche Punkte für Comics wichtig wären. Zeichenstil 3 von 4 Punkten, aber das sind Kinderpunkte. 3 von 4 Kinderpunkten. Das heißt, hier lohnt es sich wirklich, dass man mit seinen Kindern auf dem Schoß oder wenn die schon im Bett liegen, denen das Buch hinhält und während man da liest, dass man denen dann zeigen kann. Für Erwachsene ist das sicherlich nichts, aber 3 von 4 Kinderpunkten. Geschichte, ja, jeder kennt die Geschichte von Call of Cthulhu, dem Ruf. 4 von 4, da kann ich nichts weiter zu sagen. Die wurde hier richtig gut umgesetzt und ich hoffe, danach haben die Kinder Lust auf mehr von Lovecraft. Bonuspunkte, ja, mir gefällt das Buch ziemlich gut. Ich finde 15 Euro für ein Hardcover in Farbe ist völlig in Ordnung. Preis pro Seite wären dann 7 Cent pro Seite, das ist also auch okay, das ist günstig. Ich gebe 7. 7 von 8 Bonuspunkten. Ich bin zufrieden mit dem Ding und ich habe das jetzt schon oft genug gesagt, ich spreche eine Empfehlung aus. Wer das einfach nur so bei sich im Schrank stehen hat, weil es halt ein lustiges Buch und wer da irgendwie genug Humor vorhat, dann auch so. Aber, ja, wie gesagt, wer da seine Kinder eben Cthulhuid früher ziehen möchte, ja, bitte, tut es. Tut es. Viel Spaß mit dem Buch. Ich bin fertig. Ciao. Ciao.